Musik Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans Wir haben Montagmorgen und der Alex sitzt hier und macht ein Video und wird jetzt gleich das zweite Mal live im Clan War angreifen Es geht wieder gegen Rathaus 9 und ich hoffe natürlich, dass es wieder 3 Sterne werden Ich hab gefragt, ob gerade noch jemand angreift, das wird nicht der Fall sein Wir schauen mal rein, wie es momentan steht 30 zu 16, haben allerdings auch 8 Angriffe mehr Gegen, ja, BVB Forever 2 Und wenn wir mal so kurz durchscrollen, was bisher so abging Die 2 hat Niklas so einen Probeangriff gemacht, zu schauen, was in der Clansburg ist Und dabei sogar einen Stern geholt 3 und 1 noch nicht angegriffen 4, 5 schon auf 3 Die 6 auf 1, da sind aber schon andere eingetragen Dann schon einige 3 Ich werde jetzt die 10 probieren zu 3-stern Und hier unten sieht es auch schon ganz gut aus Also momentan noch gar nicht so schlecht Man muss allerdings bedenken, gerade bei den Gegnern Die oberen 4 haben noch gar nicht angegriffen Aber auch wir hier im oberen Bereich Oli, Andi können sich noch austoben Major, Aziz hat noch beide Angriffe Und ich mache das Ganze mit Golem, Walküre, Schweine Diesmal mit Erdbebensperts Und ich zeige euch gleich mal die 10 Dank der bisherigen Angriffe, wo die Doppelriesenbomben sind Wir haben einmal hier neben diesem X-Bone eine Doppelriesenbombe Und einmal hier bei Kanone und Luftabwehr eine Doppelriesenbombe Das heißt, ich werde bei dem Magiaturnen probieren Die erste Mauer mit Mauerbrechern zu durchbrechen Und möchte dann mit, nein, Blackout Ich möchte hier mit Mauerbrechern bei den Minenwerfern Und möchte dann so über die Luftabwehr Leicht nach innen gesetzt den Erdbebensperl Und im Optimalfall möchte ich auch hier die Mauer ins Zentrum Also ich werde den Erdbebensperl hier so über diese Mauer setzen Oder eher so über diese Hier in dem Bereich irgendwo zwischendrin Das sollte klappen, dass ich hier ein paar Bereiche kläre Und dann ist natürlich der Sinn, dass Golem bei Küren alles natürlich schon in die Mitte ziehen Das heißt, diesmal schön lange warten, bis die Außengebäude down sind Und dann möchte ich hier und hier die Doppelriesenbomben auslösen Und dann mit den Schweinen von unten nach und nach kommen Hab dann auch noch einen Riesen zum Tanken dabei Wie ihr es hier gleich sehen werdet Und bin wirklich sehr, sehr gespannt Jetzt schauen wir uns noch einmal die Wiederholung an Was ich nämlich gerade nicht weiß ist, was in der Clambook drin ist Das schauen wir gleich mal Occi ist hier nämlich mit dem Queenwalk gekommen Von der rechten Seite Und dann mit den Golems von der anderen Hat die den Wutzberg genutzt Und die Queen ist dann außenrum Da gab es bei ihm den Erdbebensperl hier im unteren Bereich Und von hier ist er dann mit den Golems gekommen Und jetzt schauen wir gleich mal, was aus der Clambook rauskommt Weil Kühen sind halt ein Hound Gut, das passt Puh Ich bin murder-nervose Alles ist grün Zwei Golems 20 Schweine Magier Perfekt So Dann fangen wir jetzt erstmal an Mit unseren Golems Golem 1 Golem 2 Und schön breit die Magier So Dann kommen wir jetzt hier mit den Mauerbrechen in die Mitte rein Und nehmen unsere Erdbebensperls So Dann machen wir unsere Helden Die sollten eigentlich reinziehen Und die Walküren auch Erdbebensperl hat auch gepasst Sehr, sehr schön Jetzt hauen wir hier den Wutzperl rein Und etwas weiter hinten dann den Heelsperl Passt Passt noch alles wunderbar Hier gibt es den Houndsplit Doppelriesebombe links und rechts ausgelöst Und jetzt kommen wir hier mit den ersten Schweinchen Und hauen wir hier den ersten Heelsperl rein Für unsere Schweinchen Machen hier den Riesen zum Tanken Zünden unseren King Und nutzen hier den nächsten Heelsperl So, dann schauen wir Magier hinterher Hier oben auch Ein Schweinchen noch Queen können wir noch zünden Hier gleich mal ein Goblin Beziehungsweise Minion Und hier Goblin Schaut glaube ich ganz gut aus Vier Diff-Einheiten haben wir noch Schweine Sind noch ein paar da Queen geht aufs Rathaus Schauen wir mal Riesenmommen Gingen beide schön down Und die Magier räumen außenrum auf Schweine splitten sich jetzt Das ist optimal Jetzt ging das Rathaus down Das sollten noch drei werden Schauen wir mal Bauhütten Oh, die Bauhütten sind fies Aber das sollte hoffentlich reichen Zeit haben wir noch So, wer geht jetzt zu den Bauhütten? Mal schauen, ob irgendwer jetzt mit Bauhütten geht Ja Magier und Schweine Und hier oben wird auch weiter aufgeräumt Das zünden wir Wenn die Queen auf die Mauer geht Zünden wir sie Das heißt jetzt Dann kriegt sie einen kleinen Power-Schub Ja, das sollte doch easy hinhauen Riesengolem wurde gesplittet in zwei kleine Und ganz zum Ende sollte dann die Bauhütte dran glauben Und ich bin zufrieden Auch wenn es wieder nur ein Rathaus 9er war Ging gut Beide Doppelriesenbomben gingen down Das war am Ende entscheidend Und was mich auch freut Dass wir hier eben zwei neue Sternchen dazu bekommen Und damit steht es jetzt 32 zu 16 Doppelte Sternenanzahl eigentlich Und ja Jetzt schauen wir mal Hier unten Rathaus 9er fehlen noch Eins, zwei, drei, vier Stück Dass die Gethree-Start werden Wir haben noch zehn Angriffe Und oben noch drei Also insgesamt brauchen wir noch sieben Angriffe Wo was klappen muss Drei können also in die Hose gehen Im Optimalfall natürlich Eins, zwei, drei Auf zwei Sterne Und ansonsten schauen wir mal rein Was bisher noch ist abgegangen Ist Spongebose Die 6 auf die 14 Hat einen Fürchter gemacht Niklas wie gesagt Das war so ein Aufklärungsangriff Den können wir uns ja mal gerne anschauen Dass ihr seht Wie das in etwa aussah Er hat es hier mit Golem Wizard Pekka gemacht Und hat sage und schreibe sogar Eine Monster geholt Was ich irgendwie schon Nice finde Für einen Rathaus 8er Mit den Erdbeams Macht ihr den Weg Richtung Zentrum frei Kommt hier mit zwei Golems Auf Level 2 Macht die Magie hinterher Und er hat ja nur den King Er hat ja keine Queen Kommt jetzt hier mit Drei Peckas Valkyren und Magien Aus der Glamburg Und dem King rein Und jetzt wird es dann hier gleich Den Heelspell geben Und auch gleich denke ich Den Wutspell Richtung Rathaus Dass da die Peckas Ein bisschen klären Inferno ist schon am Fokussieren King zieht auch in die Mitte Und jetzt haben wir hier besagt Den Wutspell Und da wird dann jetzt gleich Das Rathaus regelrecht penetriert Das ist in der wenigsten Sekunden Down gegangen Und der Gegner Glamburg ein Hound Ja und am Ende kann man sagen Hier eine Doppelriesenbombe Im Zentrum noch aus Äh eine Riesenbombe Entschuldigung Im Zentrum ausgelöst Und Wenn alle Stricke reißen Dann wurde hier immerhin Schon mal ein Monster geholt Also man kann sagen Klar Monster reicht nicht Aber Rathaus 8 Gegen Rathaus 10 Ähm klar Das Rathaus war hier eher außen Das ist auch eher denke ich So fast eine Anti Three Star Base Aber Völlig okay Also hier hat er dann Noch ein bisschen Ihr seht mit seinen restlichen Truppen Die Minions hin und her gelockt Ein paar Prozente geholt Und ja Nettes Ding Von Niklas Ähm kann man schon mal machen So Aber wir schauen mal noch weiter Reigns Zweimal mit dem Two Star Ähm Einmal an der 13 An der 11 Knapp gescheitert Beide Male 89 Und 91 Prozent Ähm Marv Einen schönen Dreier Den wir uns gleich mal anschauen Ähm Hat das Ganze auch ohne Queen Walk gemacht Heißt Govahawk Hier das Rathaus Lässt sich in dem Fall so easy holen Dass da gleich zwei Minions reich sind Also der One Star Auf alle Fälle schon mal sicher Außer da würde eine Clan Walken kommen Und die Minions killen Also auch hier natürlich wieder Eine absolute Antheit Und auch hier Ich hab das schon erwähnt Im gestrigen Video Sehr sehr fiese Base Layouts Einfach Spots Ähm Ja Ist mit Schweinen riskant Aber er hat's riskiert Und es ist ja am Ende auch gut gegangen Kommt hier mit den Golems Macht Mauerbrecher Hinterher Ist auch durchgekommen Wöchte dann hier oben Auch nochmal durchs zweite Stück brechen Das hat auch funktioniert Golems ziehen jetzt aber Gleiche Beide ins gleiche Feld rein Die Walken hat er das rechts gesetzt Und Jetzt wird's gleich spannend Hat er ganz viel Glück gehabt Dass ähm Das Baby hier da umgegangen ist Von Magie Und so die Walken reingezogen sind Jumps bei der Mitte Also da hat er mit dem Mauerbrechern Wirklich schön aufgeräumt Haut hier auch den Wut rein Wo momentan noch niemand drin ist Jetzt aber die Walken reinziehen Und jetzt auch gleich die Golems und Helden reinziehen Jetzt gibt's hier einen Healspell Gift Spell Haut auch auf die Klamo Kamer eine Hexe Haben wir schon lange nicht mehr erlebt Doppelriesenbombe Nummer 1 geht down Das war sehr sehr wichtig Und er kommt jetzt auch von dahinter Oder eher so von der rechten oberen Seite Ähm langsam Mit den Schweinchen In kleinen Grüppchen Und jetzt schauen wir gleich mal Äh wo da noch Die nächste Doppelriesenbombe hochgeht Schweine klären hier ein bisschen Ähm Golem gab's hier unten In Split Helden sind auch beide gut dabei Kann er beide noch zünden Und er hat noch ein Gift Und hier ist eine Healspell Hier ist eine Riesenbombe Und die Schweine hatten enormes Glück Weil wahrscheinlich Ja gibt's hier die nächste Und da hat er einfach Das ist wieder sowas Glück Dass äh Anfangs nur eine Riesenbombe ausgelöst wurde Sonst hätte das hier ein richtig Zähes Yes Ende genommen Jetzt hat er den King gezündet Queen konnte er immer noch zünden Ihr seht Schweine hat jetzt eine Riesenanzahl überlebt Und in der Mitte Luftfläger war die letzte Defeinheit Außen ist nur noch verbleibende Gebäude Schweine dabei Klärinheiten dabei Die letzten 40 Sekunden Können wir uns im Schnelldurchlauf anschauen Und beide Helden Ja haben bis zum Ende überlegt Hier haut er noch den Gift Spell Just for fun raus Und die Schweine regeln das hier oben Ganz souverän Und am Ende geht der Bohrer down Und von Marv Von der 8 auf die 7 Ein schöner, wichtiger 3 Star Sehr, sehr nice So, was haben wir denn noch Im Angebot Nico Bro Hier zweimal mit dem 1 Star Auf 13 und 11 Nils 78% Major Sky Den nehmen wir auf alle Fälle noch mit 4 auf die 5 Einen 3 Star Und wir haben hier wieder Govahawk Und haben auch hier Ein fieses Base Layout Und ich überlege es gerade Der Angriff dürfte im gestrigen Video Nicht drin gewesen sein Nein So, kommt hier unten Mit einem gemaksten Golem aus der Klamour Und mit einem Level 4er rechts Dahinter erstmal die Magier Jetzt gibt es in die Mitte die Queen Und da werden eigentlich Jetzt auch gleich die Verkürungen kommen Jumps in die Mitte Die Golems ziehen jetzt rein Haben anfangs jetzt schon getankt Und die Magier konnten auch schon mal Einige Death Gebäude down machen Jetzt kommt ihr mit dem King hinterher Und jetzt kommen besagte Walküren Die auch ins Zentrum reinziehen Klamour kommen hier Bogen und Drachen raus Aus der Giftsball drauf Und er haut das hier Ein Heal ist das Muss dann den King zünden Der musste vom Drachen gut was Einstecken Die Queen hat sich dann um die Klamour Gekümmert Und die Walküren mit den Barbaren Sind gerade hier am Rathaus aktiv Es kommt hier links mit den Schweinchen Auch so eher in kleinen Grüppchen Wobei das eher eine größere Gruppe war Macht immer so 3-4 Schweinchen auf einmal Die sich dann aber zusammenfinden Hier eine Doppelriesenbombe ausgelöst Und die Queen kann dann noch zünden Und hier oben gibt es den ersten Hier ist man für die Schweine Und hier auch eine Doppelriesenbombe Und da hat er dahingegen Glück Dass sich die Schweine da in 2 Gruppchen aufgeteilt haben Das heißt die eine Gruppe wurde pulverisiert Die andere Gruppe hat überlebt Und dementsprechend waren es am Ende Auch noch genug Schweine da Die dann hier oben aufräumen konnten Queen holt den Magierturm Das war schon mal wichtig Hoffentlich gezündet hat er sie schon Das heißt die holt hier noch den X-Bow Nein Jetzt gibt es hier noch ein Ice-Spell Kombiniert mit Heal Und die Kanone Sollte dann die letzte Dev-Einheit sein Die hier überlebt Hat außen jetzt schon begonnen Ihr seht das hier Magier, Minion und Bogen Zum Aufräumen 2 oder 3 Schweinchen haben überlebt Ich glaube 3 Stück sind es Unsere Hawk Rider Ne 4 sogar Einer hier oben Und hier unten sind es Ne insgesamt 5 Schweine 5 Schweine haben überlebt Ja Und auch hier können wir uns Die letzten 40 Sekunden Im Schnelldurchlauf anschauen Und ja Ganz klar Also wir hatten jetzt 2 Angriffe Das gehört einfach immer ein bisschen dazu Hier auch mit dieser Doppelriesenbombe Dass eben die Schweine Erst die erste ausgelöst hatten Dann die zweite So war es dann am Ende auch nur möglich Dass es die 3 Sterne wurden Von Major Sehr sehr schön 4 gegen die 5 Und ja momentan schaut es gut aus Aber wie gesagt Da wird noch einiges von denen kommen Und ich werde euch natürlich Im nächsten Video Dann wenn es noch mehr Gehighlight Angriff gibt Gerade hier im oberen Bereich Rathaus 11 gegen 11 Den nachreichen Das hier oben waren auch nur 2 So Spionier Angriffe Von Pain for Life Mit 22 und 19% Und ich bin noch gar nicht Angegriffen worden Ansonsten seht ihr hier 2 Star 1 Star 3 Star Alles dabei Aber wir haben deutlich mehr Angriffe Und ich bin jetzt gespannt Wie das Baby hier ausgeht Morgen gibt es dann Die Auflösung Ich hoffe die heutige Folge Hat euch gefallen Lasst doch gerne einen Daumen hoch Da abonniert mich Wenn ihr es noch nicht gemacht habt Und wir sehen uns dann morgen Abend wieder Macht's gut Bis dann Ciao Ciao Ciao